Ich begrüße euch wieder herzlich zu The Walking Dead. Ja, wir werden jetzt den Hund ausgraben. Ah, wir müssen aufpassen. Ah, der Hund. Ja. Oh, ich habe auch gesagt, lass mich mal machen, Clementine. Ah, der Hund. Und da haben wir das Heißband. Kann ich den Hund nicht seine letzte Ehre erweisen und ihn wieder begraben? Hm. Na gut, aber wir haben das Heißband. Das ist doch schon mal gut. Ah, kommt, was nur keiner rein, außer Clementine. Ah. Na, wir brauchen die Clementine. Okay, die Walk-Authen sind schon wieder rein. Okay, die Walk-Authen sind schon wieder rein. Okay, lass mich mal sehen, ob ich da reinbekommen kann. Bebezichtig, Mann. Das ist nicht gut, ich kann es nicht. Hier, lass mich versuchen. Ich denke, ich kann... Eh, Clementine. Oh, macht sie das? Ich verstehe es nicht. Ta-da! Good work, Clint. But don't go shooting off like that without asking first. Okay? I was just trying to help. I know. And you did good. You just had me worried there for a minute. Can we maybe have this conversation inside? My leg starts to hurt like hell. Ah. Hoffen wir, dass sie drin sicher ist. Ey, das ist, äh, mein Haupt dann liegen. It's okay from here. Everybody in. Komm mit, umid. Sieht dem aus einem soliden Haus aus. Gefällt mir schon mal. Und sehr verlassen. Ah. Sorry, sorry. No, it's okay. I'm good. I feel better already just being off my feet. Thanks, babe. Wir müssen da echt was tun, der Omid. Sieht nicht gut aus mit seinen beiden. So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was gonna tell you, Kenny and I only found out yesterday. So, both of you were keeping it from the rest of us. Great. Hello. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street. And we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't make the most bold on. Whoever it was, seems like they're following us. I don't like being followed. All the more reason to get on a damn boat where we can't be followed. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. I think we can all use a little time to rest up and gather our thoughts, Kitty. At least until those walkers outside wander off and Omid's feeling better. I don't know if I'm going to check it out. You best feel better quick. I ain't gonna wait around here too long. He hit the walker with his shovel. The place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. Alright, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? Okay. Alright. Is there anything I can do? Thanks. I got it. Hang out with Chris to know me until I get back, okay? Lee? I'm sorry. What for? Going through the door like that without checking first. I guess that was pretty dumb, huh? Just ask me first. Next time you're going to outsmart all the groves. Okay. Was ich sehr noch jung. And we can say that she had a tough time when she grew up. A damn tough time. All empty. It's probably not going. Water is off. Ah, hatte ich mir mal fast gedacht. Kein Strom. War mir auch schon fast klar. Mein dog Walter. So wie ist wohl der Hund. Ach, scheiße, immer sowas. Oh, clean down. Hope we never get desperate enough for food that this starts looking appetizing. Na, komm. Warum läufst du denn jetzt gerade so dumm? Jetzt nicht mehr, okay. Keine Ahnung, was das war. Das war eine glückliche Familie. Die hatte sogar den Hund aus dem Porträt mit. Okay. Nur eine Abstellkammer. Da kann sich kein... All clear in here. Pfff, kein Walker verstecken. Hm, noch mehr Bilder. Nicht genau mein Stil. Was? Die Toilette. Ja. Ein Gästeklo. Just one more to check. Just one more to check. A bottle of whiskey. Probably not the best idea right now. I need to stay frosty. Ja. Kein Alkohol auch zu dieser Zeit nicht. Da war jetzt noch was. Und wo war denn noch eine Tür? Ah, hier. Ah, okay. Immer schön sicher. Oh. Du Wischmopp. Ich glaub's nicht. What? What happened? It's nothing. Just, uh, nothing. Okay, ist alles sicher. Wir brauchen irgendwas, Antibiotika oder sowas. Irgendwas aus der Infektion. Irgendwas aus der Infektion oder sowas. Wir brauchen ein Lämmter. Und da ist ein Whisky in der Back. Ich war nur gefragt, Clemence, ob sie weiß, wer der Mann auf der Radio ist. Es ist okay, honey. Du kannst uns sagen. Wer ist er? Ja, das ist mir auch noch. Gute Frage. Geh hier, Clemence. Es ist okay. Du bist nicht in any trouble. Es ist nur ein Freund. Ich glaube nicht, er will uns schütten. Was hat er dir gesagt? Was hat er gesagt? Ich sagte ihm, ich was versuchen, zu find meinen Eltern zu finden. Und sie waren in Savannah. Er war wirklich schön. Ich denke, er will mich helfen. Ich glaube, er will mich finden. Clemantin, honey. Verzuch' mir, das ist nicht was er will. Er... Lee? Lee, du musst hier sein. Was ist das? Es ist Kenny. Was ist Kenny? Kenny. Kenny sagte, dass er etwas gehört hat da. Er ging es um zu schauen. Er ist da da? Ich kann ihn nicht nach unten kommen. Ach, Kenny. Hier. Das muss doch Kenny. Kenny. Okay. Was ist los, Kenny? Oh, Jesus. Was zur Hölle ist das? Okay, was ist los? Sonnenlicht. Und... Ein kleiner Junge. Das kann aber nicht Duck sein. Auf keinen Fall, aber es erinnert ihn an ihn. Ah. Ich weiß nicht, ob ich kann, Lee. Ich konnte es vorher nicht. Ich kann es jetzt nicht. Ich kann es nicht, dass du das machen kannst. Ich werde es vorhin. Wie ich es vorher schon gemacht habe. Sind Sie sicher? Ich glaube, wir werden es finden. Wir gehen da hin. Wenn, dann regeln wir das. Er muss das nicht tun. Das ist zu viel Erinnerung. Ein kleiner Junge. Er musste versucht, hier zu schlafen, bis er zu Tod zu sterben hat. Ja. Oh, das könnte es früher gewesen sein, wenn ich nicht gefunden habe, was ich getan habe. Richtig. Aber ich will keine Schüsse eigentlich erzeugen. Ich muss das mit dem Knüppel machen. Ich muss das mit dem Knüppel machen. Du musst das nicht antun, Kenny. Entschuldigung. 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 Ich werde es aufpassen. Ja, das ist toll, wenn ich es bin. Der ist runtergefallen. Der wird begraben, aber ich verstehe auch nicht warum... ... Kenney, also seinen Sohn dich begraben hat... und seine Frau. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber da war der Schock vielleicht zu tief. In dem Moment und dann... Dann ging das nicht Aber jedenfalls können wir dem Jungen Eigentlich seine letzte Ruhe gewähren Und ihm die letzte Ehre erweist Mal so ein Leben als Walker ist ja nicht gerade Angenehm Glaube ich mal zumindest Na Er ist ja irgendwas bei seinem Hund Können wir ihn anständig begraben Das geht ja in der Zeit zur Zeit gar nicht mehr Da können die Leute nicht mehr Anständig begraben werden Clem guckt uns zu Christa auch Aber die müssen sich das eigentlich nicht mit ansehen Oh ist besser so Geht lieber rein Achso okay Kann man dann nur noch wieder mal da drauf gucken Das war der Sohn der Familie Der hat sich da oben Der hat sich da oben rein Versteckt Und da war dann keiner der ihn gefunden hat Das ist Okay Ist das der Fremde oder was Hey 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 Who are you What the hell do you want from us Lee What's going on I saw someone standing there by the fence Watching us A Walker Dann soll ich da nicht die Weide ziehen Too fast Took off like a bat out of hell When I spotted him Was it a man or a woman Didn't get a good enough look What does it matter I'm wondering if it's the same guy Who's been following us The guy on the radio Kimmy I'm fine I just I'm fine What's all the ruckus Lee saw someone watching us from outside the gate What Who I can't be sure They ran off before I could get a good look I don't like this one bit Not one bit Me either Walker's a one thing But the thought of someone out there actually stalking us Alright that's it We stuck around here long enough It's time to get back on track Time to get down to the river And find ourselves a boat I don't know if Omeed is well enough to move yet Well he better get ready Because I'm going down to River Street right now To find a boat And as soon as she's ready to go We're moving out We only checked the house to make sure it's secure We didn't really toss the place We're low on food, water, meds, ammo We should make sure there's nothing here we can use before we move out Well you search it if you want to I'm done with this house We came to this city to find a boat And that's just what I'm gonna do Maybe it's not such a bad idea to check the place I said I'm done with this house Nah Krisenherd Krisenherd Kenny Er hat ja nichts mehr Er hat die kleinen Hoffnung You take one last look around the place Grab anything that looks useful While me and Kenny go down to the river to get us a boat Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now Maybe we can look for them on the way to the river We can't right now But you promised we'd go find them when we got here On the train You promised Yeah, sure, but what's up? I haven't forgotten But Savannah is more dangerous than I thought it would be We all need to stick together as a group Okay Daylight's burning Gonna go grab my gear then we'll head out Come on Clem Let's go see if Omead needs anything Nope So you're just gonna leave me on the bench here? That's not how it is Ben I need you to stay here and keep an eye on Clementine I can do that Well just so we're clear While I'm gone Anything or anyone tries to get inside this house You shoot them Don't even think twice I got no problem shooting walkers Did you hear what I said? Anything or anyone One Good So, bis dann